herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen folge diesel tv ihr seht hinten dran kein kühler flieger mehr gleich natürlich noch selbstverständlich ich bin hier nur bei einer ganz neuen firma jetzt muss ich mal gucken wie das hier alles abläuft drei abladestellen ich bin gerade in ingolstadt ingolstadt ist nun mal das gibt es gleich ich muss erst hier noch mal ich komme nicht organisieren zurechtkommen wie auch immer ich habe nämlich wenig geschlafen zu wenig aber so ist es halt montags und ich hatte ja eine woche urlaub das nagt natürlich auch am wie soll man sagen am rhythmus oder so habe hier planaufleger aber ohne stapler der kommt er ist doch gerade in halb der woche nicht auch bei spoiler repariert habe ich diese gummis da rein gemacht und der war ja auch beim kundendienst ich erzähle gleich ich halte mich jetzt erst mal an es geht schon wieder super los ich habe aber keine ich wollen irgendwie lieferscheine haben ich habe aber keine lieferscheine ja also ich warte jetzt mal hier auf die ich habe mich jetzt gemeldet keine ahnung hat jetzt auf die lieferscheine da muss ich noch nach landau an der isa und nach filz hofen und dann schätze ich mal beim gabo laden und ja ich habe die spenden überwiesen das habe ich jetzt am wochen also freitag glaube ich gemacht oder donnerstag letzte woche im urlaub und ja ich habe aber doch nicht die spenden bescheinigung aber ich habe es wirklich überwiesen kann man gucken vielleicht kann ich das wenig zensiert wenn ich den rest zensiere vielleicht kann ich das kann ich das irgendwie zeigen so dass man meine kontonummer nichts sieht das einmal 500 euro hier von der krebskranken kinder dann clowns im dienst 500 euro und das letzte habe ich überwiesen an tübinger hospizdienste genau 25 habe ich überwiesen naja es ist halt wieder hier ich hatte jetzt haben zwei monate lang mehr oder weniger immer die gleichen kunden da weiß ich ja auch was auf mich zukommt das hier hat jetzt ein bisschen anders nach wenn man wieder so durcheinander fährt sozusagen mal hier mal da mal dort ich habe also hier ist übrigens noch kleine eigen konstruktion war ja andere saugnapf von der fina die gern und ich habe ja hier von das ist von meinen rams von der gopro und der passt auch bei dem aber das problem ist der der knubbel hier der ist zu groß also das ist irgendwie viertel zoll und das halb zoll oder irgendwie sowas von der größe deswegen musste ich da was dazwischen machen sieht das hier so unprofessionell aus und ich habe auch meine neue mount box aber hier ist das kleine problem das kennzeichnis irgendwie falsch ist es tüv m5 80 aber es ist ja tüv m5 80 und ja sie meinte jetzt von uta ich soll das mal eingesteckt lassen dass es sich aktualisiert es kam schon mal fahrzeug info akt wird aktualisiert oder sowas aber ja kein sein blieb trotzdem gleich und ich kann seit nicht an der scheibe lassen weil ich habe hier noch meinen dass dkv navi dkv maut gerät und dann wird der doppelt abgerechnet mal gucken also ich werde es wahrscheinlich heute abend mal über nacht anstecken oder so jetzt gerade aktuelle sieht sich nämlich wirklich was und sie meinte jetzt vor ein paar e mail es hat sich noch nicht vollständig aktualisiert also mal gucken ja hier kommt jetzt wieder freude auf weil ich kann das ja gar nicht abladen muss ich mit dem hupwagen erstmal rumdrehen da kommt der gar nicht mit dem stapler runter das ist wieder schön anderthalb stunden gewartet auf die verscheide und jetzt geht es gerade weiter mit dem ja naja hier ist ja auch audi in überschattung hinten sind lauter solche autotransporter züge also kommando zurück ich soll jetzt noch mal woanders hinfahren es geht wirklich spaßig los aus Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh Mann! Es läuft so gut am Montag! Es läuft so gut am Montag! Es läuft so gut! Es läuft so gut! Ich bin nichts mehr gewünscht! Ich bin echt nichts mehr gewünscht! Seit zwei Monaten Kühlerfahren habe ich mich faul gemacht! Das war richtig faul! Damit wäre das Abladen absoluter Rekordzeit erledigt! Es ist 10.16 Uhr, um 8 Uhr war ich hier! Aber gut, zwei Stunden! Kann man mal machen, oder? Kann man mal machen! Jetzt geht es also rüber nach... Wie heißt das hier? Filzhofen, glaube ich? Ne! Landau an der Isau! Ich bin nicht um 12.20 Uhr! Da komme ich wahrscheinlich perfekt zur Mittagspause! Jetzt stecke ich mal die Uta lieber wieder raus! Nicht, dass es eine Abbuchung gibt! Oder so eine Scheiße! Ja, genau! Also, ich bin gerade nicht so begeistert davon! Aber ich sage ja immer, es ist nicht schön! Aber was willst du machen, ne? Ich bin jetzt in Landau an der Isau! Jetzt muss ich mal gucken! Irgendwo hier müsste jetzt der Kunde sein! Naja, ich sehe es schon! Natürlich nur die Frage! Ne, davon muss ich rein, oder? Hui! Ah ja doch, da kann ich schon reinfahren! Seit jetzt 12.10 Uhr! Ich habe wahrscheinlich Pech! Ja! Toll! Wir haben bis 13 Uhr Pause! Das ist jetzt sehr, sehr schlecht! Ja! Diese Woche wird es wohl interessant! Der sagt hier irgendwie, SD-Karte kaputt! Gott sei Dank! Gott sei Dank habe ich ja noch eine Kamera! Aber vielleicht... Ich habe es jetzt schon 2-3 Mal probiert zu formatieren! Naja, vielleicht muss ich die mal an den Computer anschließen! Wie auch immer! Das Problem ist halt, warum ich jetzt gesagt habe, dass es blöd ist, dass das nicht geht! Ich kann nur bis 15 Uhr wohl laden! So wie ich das verstanden habe! Und wenn ich jetzt hier erst in einer Stunde weg komme, dann schaffe ich es nicht bis 15 Uhr zur Ladestelle! Sehr schlecht! Aber ich meine, theoretisch hätte es alles hingehauen! Wäre halt diese Kacke heute Morgen nicht gewesen mit den Lieferscheinen! Jetzt zeige ich euch noch etwas anderes, was die beim Kundendienst gemacht haben! Weil nämlich... Also das wusste ich schon! Aber die haben zwei Sachen noch... Also eine Sache wusste ich nicht! Die haben nämlich hier vorne den Ausgleichsbehälter auch getauscht! Weil der wohl undicht war! Und diese Rohre hier sind neu! Die hier... Die waren nämlich richtig verrostet! Das wusste ich schon länger! Oder das wusste ich schon, dass die verrostet sind! Und dann haben die halt in der Werkstatt gesagt, die sollten wir jetzt doch mal tauschen! Die gehen hier unter der Kabine durch! Und dann da hinten wieder in den Wasserkreislauf sozusagen! Ja, das haben die gemacht! Und halt den Tank neu! Und ansonsten war alles in Ordnung! TÜV ist erst im Februar! Ja... Eine Stunde gewartet! Und dann... Ihr kennt ja das Spiel! Gut, die hatten halt Mittagspause! Das respektiere ich selbstverständlich! Ich hätte halt zehn Minuten früher da sein müssen! Dann hätten es... Hätte es noch geklappt! Aber gut! Es ist jetzt wie es ist! Den Tag versaut! Hat mir halt diese zwei Stunden vorhin fürs Abladen! So, und da... Das wandelt sich einfach nicht um! Das richtige Kennzeichen! Komisch! Die von Uta meinte, wie gesagt... Ist nicht richtig aktualisiert! Laut deren System! Ich schweiße nicht! Letzte Abladestelle bin ich um 10.82! Und dann wird das halt mit dem Laden... Ich weiß noch nicht! Aber wahrscheinlich wird es dann nichts mehr! Es ist echt beknackt! Dass meine Kamera da hinten nicht mehr geht! Beziehungsweise dass die SD-Karte entweder kaputt ist oder... Ich bin jetzt auf jeden Fall hier im Filzhofen... Guck mal, dass ich das hier noch schnell runtergeschmissen kriege und dann... Also irgendwie habe ich mich verrechnet! Ich habe ja gesagt, ich bin erst 16 Uhr oder sowas bei der Ladestelle... Aber das hat jetzt doch noch echt gut geklappt hier! Ich weiß auch nicht, warum ich gedacht habe, dass das nicht mehr reicht! Aber 15.15 Uhr ist, sage ich mal, noch verschmerzbar! Das machen die noch mit! Weil die machen halt, glaube ich, um 4 Uhr... Machen die da Feierabend! Und man braucht ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde zum Laden! Das heißt, das haut gerade so hin! Jetzt muss ich hier mal gucken, dass ich da wieder rauskomme! Ohne Crash! Sie haben auch top geklappt! Ich musste halt diese schweren Paletten da... Mit einem Hubwagen zwar immer eine Tonne... Das war... Ich als Kühlerfahrer bin ja nichts mehr gewöhnt! Weißt du was ich meine? Da habe ich natürlich gleich geschwitzt, als ich das gesehen habe! Es scheint noch zu klappen... Achso, ja, ich sollte vielleicht mal sagen, wo ich bin! Ich bin hier beim Garboot, kennt ihr ja! Niederwinkling! Ich habe mich noch anmelden können! Und so wie es aussieht, kann ich auch noch laden! Dann habe ich zwei Abladestellen in Gewitzberge und Osnabrück! Das habe ich jetzt gleich mal eingegeben! Damit ihr seht, wohin die Reise geht! Und morgen kriege ich wohl irgendwie in Borken dann anderen Auflieger! Also es ist echt gut, dass es jetzt noch klappt! Weil ansonsten... Ui, Töger! Ansonsten müsste ich jetzt hier praktisch in die Pause gehen! Da könnte ich erst morgen um 7 Uhr laden! Dann würde ich morgen den ganzen Tag fahren! Und dann könnte ich erst am Mittwoch praktisch ausladen! Weil das von hier 7, ja, gute 8 Stunden Fahrt sind! Und dann werde ich nämlich... Achso, das ist 7, 41... 7, 6, 5, 4 doch! Entschuldigung für die Rechnerei! Aber wenn ich jetzt 3 Stunden mache und noch fahre, dann müsste es mir morgen in einer Schicht bis dann dorthin reichen! Weil wenn ich jetzt 3 Stunden abziehe, dann ist es noch 4, 41! Und die 11 Minuten, die mir da fehlen, die fahre ich dann morgen dann schon raus! Ich gucke erst mal, dass ich hier geladen kriege! Dann muss ich vielleicht heute Nachmittag oder heute Abend, wenn ich noch Energie habe, die Kamera da hinten versuche, sie wieder in Gang zu bringen! Ei, 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 ei! Ihr seht es ja draußen, was da für ein Wetter ist! Dementsprechend Spaß hat es gemacht, gerade zu laden! Jetzt muss ich dann auch in Osnabrück anrufen und mich mal anmelden! Ja, gibt es? Nö, da ist keine Anmeldung! Ich bin jetzt hier bei Nürnberg! Da ist ja schon an Nürnberg vorbei! Es war vorhin ziemlich schneemäßig, da habe ich gedacht, ich fahre jetzt mal noch so weit wie es geht! Leider hat es jetzt aufgedacht, es hat plus 3 Grad, einfach mal das entspannen kann! Ja, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde in der Zeit! Ihr kennt das Spielchen! Vorhin auf der 3... Ey, um 17 Uhr waren schon die Parkplätze voll! Also in der Ende waren sie... Es kommt hier Aura! Da gucke ich mal, ob ich noch was kriege! Ansonsten ist von hier nochmal in... Ja, 27 Kilometer! Das müsste ich dann nochmal schaffen in der Halb von den heißen Blöden, die ich jetzt noch habe! Aber... Ja, weil ich ja ein paar Überschreitungen auf der Karte habe! Mach ich jetzt heute mal nicht okay an! Ey, es ist 18.30 Uhr! Das ist doch echt nicht mehr normal hier! Ist einfach voll! Na gut, vorhin könnte ich mich umstellen! Na gut, vorhin könnte ich mich umstellen! Da steht links glaube ich auch noch einer! Ja, dann kommt der halt nicht mehr raus! Ja, da drüben wäre noch was gewesen! Aha! Scheiße! Dann würde ich sagen, fahre ich einfach mal weiter! Und werde mein Glück noch vernechsen! Was steht denn hier? Ich glaube nicht, dass das hier noch was wird! Also mit Parken! Ich habe jetzt im Tankpool geguckt mit meiner Tankpool-App! Normalerweise an diesen Tankpool-Tankstellen! Hier ist eine nämlich hier in der Industriestraße! Da kann man normalerweise immer parken! Ne, da ist also immer irgendwo ein kleines Stückchen Platz! Wo man sich reinstellen kann! Das werde ich jetzt einfach mal probieren! Ihr seht ja, der ist nicht weit weg von der Autobahn! Ja, mal gucken! Ob da was geht oder nicht! Weil ich glaube, das hat auf der nächsten! Ja, der hier mit dem Auto ist auch! Da stehen ja alle! Und der muss sich dann da irgendwie rumdrücken! Am vorne durchdrängen! Um dann zu merken, geht doch nicht! Ah! Ja, Leute! Ich bin hier in... Ja, ich weiß gar nicht! Das ist hier so ein Autohof! Ich hatte mir überlegt, so diese Arals da rüber zu fahren! Aber... So schnell kann es gehen! Wurde natürlich mal wieder erkannt! Lang, lang ist es her! Aber jetzt wo ich wieder hier in... Na! Jetzt wo ich wieder hier in Deutschland unterwegs bin! Kann ich jetzt gerne mal... Er hat mir gesagt! Jetzt habe ich gar nicht nach dem Namen gefragt! Naja! Ich hätte wohl auch, wenn ich hier gerade ausfahre nach Höchststadt... Da kann man wohl auch am Kreisverkehr rechts... Da kann man dann wohl auch parken! Aber gut! Ja! Ich gehe jetzt mal da rein! Hol mir mal mein Parkticket! Und dann war es das für heute! Damit geht der Tag gut los! Erstmal was in den Mülleimer geschmissen! Oh! Es ist vier Uhr morgens hier... Auf dem Autohof! Ich muss jetzt mal noch meine Gutscheine einlösen hier! Also ich habe 15 Euro bezahlt fürs Parken! Und du kriegst 11 Euro immerhin zurück! Sogar... Also du kannst sogar... Die 11 Euro kannst du drei zum Duschen benutzen! Aber weil ich heute Abend wahrscheinlich in Borken bin... Gehe ich da duschen! Spare ich mir das! Jetzt hol ich mir irgendwie einen Kaffee oder irgendwas! Ich habe gar keinen Hummer! Und... Dann geht es auch schon weiter! Ja! Ein Kaffee und zwei Red Bull! Und schon ist es 11 Euro weg! Ihr kennt ja die Preise! Ja! Jetzt fahre ich einfach mal los! Aber... Also genau! Noch eine Neuigkeit! Ich habe gestern noch mal eine andere Kamera! Die habe ich repariert! Bzw. sie hat sich selber repariert! Das heißt... Da kann ich auch wieder Aufnahmen machen! Aber ich merke mich dann erstmal... Ich denke mal aus Gewitzberg oder so... Wenn es hell ist! Weil... Ja... Wie gesagt... Im Dunkeln... Ist immer Kacka mit GoPro! Schaut euch die Autobahn mal an! Alter! Da ist es einfach! Borschele 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 Barrchele Borschele Borschele Borschele. Borschele! Der Hammer echt! Der ist wirklich wirklich der Hammer! Ich hab hier grad in... Auf der 45, sag mal, wo bin ich denn hier überhaupt? Hier ist glaube ich nichts. Siegen, Gießen, Wetzlar. Ja, Gießen, guck. Ja, auf dem Auto kurz eine Viertelstunde Pause gemacht. Jetzt geht es weiter im Text. Und gleich noch mal eine halbe Stunde Pause demnächst. Ja, weil ich musste nämlich dringend auf Toilette. Dann habe ich gleich noch meine Scheiben geputzt. Der war eine nicht gefühlte 80 Zentimeter Salzschicht drauf. Ja, und Sprit hier ist abartig. 1,73 kostet Diesel. 1,72 der LKW Diesel. Also ja, ist nicht schön. Nee, Spaß. Da könnte man ja wirklich was machen an den Preisen. Aber ich höre mal auf, immer nur zu jammern, sonst gibt es wieder Kommentare. Du bist immer nur am Jammern. Ah, hier ist übrigens jetzt diese gesperrte Brücke hier oben. Und dann geht gleich die Jammerrei weiter. Nein, natürlich, das ist sehr toll, dass diese Brücke gesperrt ist. Ist sehr toll. Ja, es trifft mich jetzt ja nicht so, aber ich habe von einem gehört, dass er regelmäßig fährt, dass man deutlich länger braucht jetzt, weil man dadurch die Botanik fahren muss. Die bringen gerade vielleicht den kleinsten Schlaf noch. Ah, muss noch die Kurde wegmachen. Und ich dachte, ich muss vielleicht noch fahren. Zuschauer, ich habe ihm gesagt, ich lade kurz ab, dann habe ich Zeit, aber er ist irgendwie weg. Ich drehe mal um und fahre mal Richtung Ausgang. Vielleicht taucht er ja noch irgendwo auf. Und ich habe hier irgendwie 16 Minuten Stau. Kann ich nicht hier rum irgendwie fahren. So, und dann hinten rum. Müsste doch gehen, oder? Ja, läuft. Jetzt habe ich noch die drei Paletten hier. Ne, vier. Und dann ist fertig hier. Nach dem Brückengate. Ich bin jetzt hier am Laden. Musste mal wieder beide Seiten aufmachen. Gestern ja auch schon. Aber es geht wohl relativ schnell. Also auch eine Kollegin von Borchers. Die ist schon fast fertig. Ja, also. Wir stellen nochmal zwei Paletten auf einmal rein. Es soll da die Rähnlatt in die Züge gehen. Und dann habe ich ja Erwitte und Schloss Holte und Stubenbrock zum Abladen heute. Und dann werde ich wahrscheinlich diese leeren Trommeln laden. Vermute ich jetzt einfach mal. Meine Kamera hinten hängt mal wieder. Und ich hänge hier jetzt gleich auch, weil ich glaube, die Autobahnauffahrt da ist gesperrt. Alter, du kannst ja echt nicht mehr fahren. Jo, es ist jetzt schon das zweite Mal heute. Naja, da muss ich halt irgendwie, muss ich wohl da gerade ausfahren, ne? Und dann da vorne drauf oder hier drauf. Wie geht es denn? Ja, das geht. Dann fahre ich nämlich so. Dann fahre ich jetzt halt so. Ich hoffe, dass ich da vorne auf die Autobahn komme. Da drüben ist jetzt gesperrt, ne? Eigentlich hätte ich hier auf die Autobahn gehen müssen. Aber so wie das aussieht, kann ich auch da vorne links fahren. Und dann komme ich trotzdem drauf. Ich war ja gerade auf dem Aral-Autohof. Hier in Soest. Zur Viertelstunde rüber zum Kunden. 10.30 Uhr bin ich da. Das sollte eigentlich alles einigermaßen funktionieren dort. Ist jetzt halt blöd, dass wieder meine Kamera da nicht funktioniert hinten. Das nervt echt. Aber ja, muss ich halt am Wochenende mal eine neue SD-Karte reinmachen. Und ich denke mal, die ist einfach Kaputowitsch. Alter, meine Technik komplett am Spinnen. Ja, ich beende jetzt mal das Video hier aus... Äh, 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 äh. Alter. Erwitte. Genau, Erwitte. Jetzt haben wir es. Weil, also ja, in der nächsten Folge... Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, wie das wird. Weil ich nicht... Die Aufnahmen da, keine Ahnung, ob ich die jetzt retten kann, ne? Mit der kaputten GoPro. Ansonsten wisst ihr, ein Däumchen für ein Träumchen, schaut im Shop vorbei. Es gibt jetzt auch eine Diesel-TV-Tasse. Mehr dazu im übernächsten Video, schätze ich mal. Wenn die bis dahin kommt zu mir nach Hause. Ähm, danke fürs Zuschauen. Ihr wisst ein Däumchen für ein Träumchen. Was ich mir noch wünschen würde, wäre ein bisschen Kritik. Also wenn ihr irgendwie Sachen habt, wo ihr sagt, das sollte ich mal verbessern. Oder da würde ich mir noch was wünschen. Oder dies und das und jenes. Ich weiß, das Fazit-Video kommt auf jeden Fall. Äh, also das kommt als Kritik. Aber das ist schon in petto. Das muss ich nur noch schneiden. Und dann, äh, äh, dann... Äh, veröffentlichen. Das heißt, da kommt was. Und, ja, ansonsten, falls ihr noch irgendwelche anderen Kritikpunkte habt. Äh, ich weiß, im Dunkeln soll ich nicht so viel filmen. Das versuche ich in Zukunft auch zu machen. Äh, ja. Und kameratechnisch werde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen was ändern. Ja, egal. Wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal für ein Träumchen. Macht's gut, haut rein, danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge Diesel-TV dann. Ja, jetzt muss ich mich hier kurz orientieren. Dann hoffe ich vor allem wieder mit funktionierender Kamera hier hinten. Aber, mal schauen. Ich habe jetzt keine Ersatz-SD-Karte dabei. Macht's gut, haut rein, tschüss, ade, tschüss und ciao.